Ich nehm's! Mein Vater nimmt's! Und es war ein Teil der Rede, als die Stadt, wie es heißt, auf Dogsboroughs Empfehlung die Anleihe gab. Das ist korrupt. Der Dogsborough hat Dreck am Stil! Herr Dogsborough! Sie sind verwickelt in den Keilanlagen-Skandal, der jetzt heraufzieht. Heimat ist ein Menschenrecht! Und wir verteidigen diese unsere Heimat. Ihr Speicher brennt! Und ich hab's geduldet! Ich, euer ehrlicher Dogsborough! In weniger als einer Woche wurde ein ganzer Stadtteil auf die Knie gezwungen. Wenn sie einer rettet, bin ich's. Arturo Ui. Hier stehe ich und stehen meine Leute und bieten Schutz. Glauben, dass ich das Beste will für euch und weiß, was dieses Beste ist. Und damit auch den Weg ausfindet, der uns zum Sieg führt. Sollte der Dogsborough abgehen, werde ich bestimmen, wer hier was wird. Ich kann nur eines sagen. Ihr werdet zufrieden sein. Ich bin ein, wie ich es mir war. Ich bin ein, wie ich es nicht so schön. Und ich bin ein, wie ich es nicht so sagen können. Schönen Sieg, Leun. Ich bin ein, wie ich es nicht so wichtig.